donnerstag der 21 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video ihr wisst ja was heute los ist und auch an sich da wäre das türchen jedenfalls beim netto adventskalender und da kommt ein engel zum vorschein hier sind wir beim kaufland adventskalender damit ja das türchen ihr seht schon eine glocke so bei diesem adventskalender was ich suche der dürfte außen aldi sein damit da das türchen und das ist auch eine glocke der dürfte wiederum aus dem all lidl sein da wenn da das türchen beim pilz und ihr habt ja schon erkannt der engel kommt zum vorschein jetzt ist der adventskalender dran wo ich ja nichts mehr sagt dazu das türchen außerdem nur dass es einfache schokolade ist bei diesen zweiten adventskalender der ja aus dem aldi ist da das türchen und er bringt den teddy bear mit geschenke vor weil heute in drei tagen ist ja heilig abend also er erinnert an geschenke besorgen und damit sage ich mal dennoch bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns auch am morgigen freitag